Döner mit Artischocken. Neuer Monat, neuer Döner des Monats. Bei Hans Kebab. Rimmat, Kalbfleisch und Hähnchen, Salatmix, eingelegte Artischocken. Okay, das kostet, weil ich hatte in meinem Leben noch nie Artischocken. Getiertes Kartoffeln, gegülltes Gemüse, weiße Zwiebeln, Hans Kebab-Soße normal, Schafskäse, Chili-Soße. Wie immer habt ihr noch den Rest des Monats Zeit, danach ist der Döner für immer weg. Kurs geht raus an Hans Kebab, dass die jeden Monat sowas machen. Wir freuen uns auf die Döner des Monats im nächsten Jahr.